Ich heiße Corinna, bin 23 Jahre alt und mache eine Ausbildung als Industriekauffrau. Halt! Bei Sandler sind wir viel moderner. Probier mal was anderes aus. Och nee, wir sind doch hier nicht im Club. Ich habe mich für die Sandler AG entschieden, weil das Unternehmen in der Region einen guten Ruf hat, es sehr familiär ist und jeder jedem Hallo sagt und ich einfach Spaß habe, jeden Tag in die Arbeit zu kommen. Hi, ich bin der Till und ich mache hier bei der Sandler AG ein duales Studium mit der Ausbildung als Industriekaufmann und dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Je nachdem, wo seine persönlichen Stärken liegen, kann man sich auch bei uns intern weiterbilden und auch mein Ziel für die Zukunft ist es, hier bei Sandler voranzukommen. Hi, ich bin die Zoe, ich bin 19 Jahre alt und ich mache eine Ausbildung zur Euro-Industriekauffrau. In meinem Arbeitsalltag kann es manchmal auch ein bisschen stressiger werden. Sandler AG, hallo? Aber damit komme ich schon klar. Für die Ausbildung ist es wichtig, gut organisiert zu sein, ein freundliches Auftreten zu haben und für die Ausbildung zur Euro-Industriekauffrau sollte man gute Englischkenntnisse mitbringen. Mein Lieblingsplatz ist hier in dem Verwaltungsgebäude ganz oben. Dort hat man einen superschönen Ausblick über das komplette Betriebsgelände und diese großen Produktionshallen schauen wirklich sehr beeindruckend aus. Ich finde an der Ausbildung toll, dass wir verschiedene Abteilungen durchlaufen, verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können, daran auch merken, wo unsere Stärken liegen und später nach der Ausbildung entscheiden können, welche Abteilungen wir möchten. Mir zum Beispiel gefällt das Marketing oder der Einkauf. ARD Texten exposed Bei uns über die Ausbildung zu 5000 Jahren capek du taugend aus dem gibt,